Er hat gerade von seinem Sohn erzählt, wir kommen jetzt zu einem Künstler, der steht eigentlich noch nicht so lange auf der Bühne, weil vor ein paar Jahren ist er selber noch die Rutsche runtergerutscht. Ja, 14 Jahre jung, heute zum allerersten Mal als Solokünstler bei Immer Wieder Sonntags. Und dann habe ich an dich gedacht, Miguel Gaspar, herzlich willkommen. Und manchmal erscheint die Welt mir furchtbar groß, wo ich doch selbst bald meinen Platz drin finden muss. Und wenn ich seh, was alles jeden Tag passiert, da hatte ich Angst, wohin mein eigener Weg noch fühlt. Und dann habe ich an dich gedacht, solange du mich im Herzen hast, solange bin ich immer halt auf dieser Welt unsicherheit. Und dann habe ich an dich gedacht und gespürt, du gibst auf mich Acht, halt mich fest, was auch geschieht. Und dann habe ich an dich, du gibst auf mich, du gibst auf mich, du gibst auf mich, du gibst auf mich. Und dann habe ich an dich, du gibst auf mich, 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 du gibst auf Und gespürt, du gibst auf mich hart, halt mich fest, was doch geschieht. Du, ich hab dich weh. Und manchmal seh ich hier, in einem stillen Moment. Und du fragst, woran ich gerade denk. Und ich sag, ich hab an dich gedacht, solang du mich im Herzen hast. Solang bin ich immer halt auf dieser Welt und sicher heim. Und dann habe ich an dich gedacht und gespürt, du gibst auf mich hart, halt mich fest, was doch geschieht. Du, ich hab dich weh. Schön, dass er heute an uns gedacht hat. Miguel Gaspar bei Immer Wieder Sonntags. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Miguel. Liebe Gäste, unser nächster Gast, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, ist einer... Hallo?